So, walle Leute. Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ein... hmmm... ich würd mal sagen... diesmal 10 Minuten Parten mache ich. Mal schauen... wie's auszieht. Lalalalalala... Ich fühlte mich, als hätte ich diesen Waka vertrauen können. Also musste ich nur fragen. Ähm... es ist wahr, Xanarkin wurde zerstört, richtig? A thousand years ago. So, it's just a big pile of rubble now, isn't it? A long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities, with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkin along with them. Yeah, that was about a thousand years ago. Just like you said. If you ask me, sins are a punishment for letting things get out of there. So sorry, dass ich euch hier erst kurz rausschmeißen musste. Den Cut halt machen musste. War halt wichtig. Man, what gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that, it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Wakka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Well, you from the Xanarkin Dave's, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, huh? But you gotta figure, a team living in luxury like that would be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Wakka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was... Everything that happened to me, all this, started with sin. Maybe if I could find sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. I'm sure it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better. Maybe. Hey, it's this way! Okay. Pam, pam. Hey, this music, this is not enough. Oh, was that? Oh. 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 What's the big idea? What's the big idea? What's the big idea? Khuri? What's the big idea? You give the more on-ILY, huh? What the big idea? This English... Blub-Love-Bloop. Which THkilow should they be noises. Ugh... Oh... covariance! Aw, play that one. Ah, hat er wegen. Das ist das, was man nicht braucht. Aber das, was man nicht braucht, bekommt man immer nachgeschoben, ne? Das ist nicht so aus. Das ist das, was man nicht braucht. Wiev-vind... Na, da-da-da-da-da-da-daa-da-da-da-da. Lieber leveln'n bisschen. Lieber ein bisschen overpowered sein... ... auch Kraftverwerke. Das ist ja auch nicht so zusehen. Ähm, wir benutzen... ... Wurzünder 2? ... Abwehrkraft ist sehr schön. Blind-Type? Okay. 1 2 3 also du musst drei karten mit 4 weg machen mit schieten kriegst du es locker hin aber ich dachte ich dachte Hehehehe Let me go! Not a favor to ask ya! You want me on your team, right? Hm? Hehehe Eh... Hmm... Sure thing! Oh, and that's where the guy starts. Dude, our team is gonna rock, eh? Oh... I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkand had in common. I wasn't too far off, either. I was born. I started Blitz when I was five. I joined the Aurochs at 13, ten years ago. Ten years. And we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Hmm... The tournament will do that. Hmm... My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse! Hey, hey! So, you want to win the next tournament. Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do, as long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. Eh, no, 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 no. If I say, what's our goal? You say, victory! When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? No, 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 no. I can't have any trouble with the fans. I don't care what the fans are. Oh, no, 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 no... There's a walk. There's a walk. No. Thank, no. There's a walk. There's a walk. Ah, der von der Seine. Be auf die Karte! Es gibt heute Fienden auf der Straße! Nachdem du deinem Rennen mit Sinnen überlebt, wäre es ein Scham, wenn jetzt etwas passiert. Oh. Wer sind sie? Luzu und Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? Was, du vergessen das auch? Hey, sorry. Don't worry about it. Ich werde dir helfen. Cool. In return, im Tournament Zeit, werde ich sicher, dass wir den Kopf nehmen. Cool. Oh. About the Crusaders? You can ask them yourself. They got a lodge in their village. Okay. 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 Latsch mal noch ins Dorf, nein? Ah, ich hab hier noch vier Minuten. Beziehungsweise drei. Oh, es langt schon. Noch. Bio, ich hab hier. Vocês können check kalender Gra nadzieję? They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. Der Kursader-Lodge ist über yonder. Luzu und Gattar sind meistens dort. Hm. Oh, genau. Hier. Huh? Was ist passiert? Du erinnerst doch die Böse, richtig? Gebet, kann man das wissen? Hm, da ich grad ein bisschen hungrig bin... Natürlich hätte ich in meinem Leben noch nie gebeten. Nicht, dass er das wissen würde. Du hast bestimmt etwas vergessen oder so. Hier, ich zeige dir. Gebet. Gebet, du probier. Hm. 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 Okay, now, go present yourself to the Temple Summoner. Any Blitzball player would know that prayer. Es war das Blitzball-Sign für die勝re. Hm. Das war ja der Anfangsteil, wo wir uns damals die Kinder... ...Kidister... ...äh, na ja. Bebelüb... ...Ottokram da gegeben haben. Da haben die das jetzt, äh, gemacht. Äh, ne, hier ist nicht. Kann man hier in dem verschießenden Dorf nicht speichern? Nee, kann man nicht, ich weiß. Wir erkunden das Dorf. Im nächsten Part würde ich dann behaupten. Doch zuvor... ...Wach und Dach. ...meine Kissen. 2 Paufens. 400 Gel. Und ein Heimofen. So. Dann... ...stell ich mich hier in die Mitte hin. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. ... ... ... ... ...